Nicht. Ne, da haben wir nur noch, wir haben wohl ne AWP hier. Achso. Für den ersten kannst du die Rüstung rausnehmen. Ja, wieso hat der sich nicht ausgerüstet? Mit, äh, E kommt in dein Inventar rein. Ja? Wie kann ich die ausrüsten, hast du gesagt? Die ist einfach unten rein. Da kriegst du mit rechten Klick drauf. Ah, boah ist das ein krass Schwert, Junge. Ich fühl mich dieselben. Äh, hier in der ersten, mit dem Kastgerüstung. Ja, warte, ich nehme. Ja, die ganze... Warte mal. Das ist zum Beispiel dafür. Ähm. Ich hoffe, wie kann ich die ausrüsten? Oh, mit rechten Klick einfach. Eins, zwei, drei. Bei mir hab ich das Gefühl... Ne, das hast du nicht. Okay, ne? Ha? Alles hab ich jetzt, ne? Ich glaub schon. Aber wenn du, äh... 4 Sachen hast, ja. Ja. Weiß ich... Das ist schon... Mal gucken. Blumite ist eins der besten Sachen, die du hier machen kannst. Eins, zwei, drei, vier... Warte, wie du hier dann hast. Eins, zwei... Drei... Oh, ich zieh das nicht, glaub ich, das ist aber mittig. Das hier hat der Lappo gebaut. Das ist die, äh... Ja, wie nennt ich das nochmal? Ja, mein... Lapper, helf mir mal bitte. Weiß ich... Wo bist du denn überhaupt? Äh, direkt ne... Gegenüber... Das, äh... Das, äh... Das große Gebäude, klar. Weil Nimmer hat Hiding. Mit zwei Türen. Tempel, Kathedrale, whatever. Kathedrale, genau. Komm mal mit. Wissen, ob die das aufhält. Ah, hier hoch. Wand an der Wand. So. So. Dann wollen wir es mal weg teleportieren. Radice da unten. Da unten. Ich hab nur noch Schnitze liegen. Aber da kennst du da drin? Oh, ne? Hm? Schön. Verkennst du das Zeichen? Okoball. Rot. Aber da unten auf dem Boden liegt. Pff, ich hab keine Ahnung, was das darstellen soll, ganz ehrlich. Weil die... Weil die linke Seite... Die linke Seite ist schwarz bei mir. Also... Das ist zu viel Schatten. Deswegen erkenne ich das nicht. Game of die Zeichen. Der... Der Fall. Ja, die linke Seite des Dings schadet mir. Das ist so... Schwarz wäre da nicht so strange erkannt. Deswegen sag ich nicht mehr. Bitch. Ich komme. Ja, scheinbar ich's. Wow. Wow. Und rot? Wo bist du? Ganz unten. Und wieder runter. Okay. Steppen runter. Oh, schöner. Ich werd sterben. Ich werd sowas von sterben gleich. Ach, stell dich so an. Pussi! Wie, das Spiel geht immer noch bei dir? Das ist immer Zeit für deinen Rechner, wa? Team Rede. Hierher. Da... Die darf nicht von euch aus rein joinen. Das geht... Hier kommen die ganzen... Star-Tunnel, wenn du stirbst. Okay. Durch... Leichenkammer. Aber gegenseitig können wir uns nicht umbringen, ne? Nein, mh. Okay, sehr gut. Man weiß ja nie. Bei Seven Days, da haben wir auch immer Spaß gemacht. Und dann haben wir uns trotzdem gequillt. Was ist mit mir? Der hätt's mir nun gesagt. Also ist er noch da. Ja, natürlich bin ich noch da. Guck mal, jetzt greifen die Viecher an hier. Hey. Ich weiß nicht, wie man sich schützt. Ich weiß nicht, wie man mit Waffen umgeht. Das ist kein richtiger Bad-Boy, Alter. Ja, das ist das Spiel. Ich... Ja. So, hier ist die... Wer sind sie? Und wo ist der richtige Bad-Boy? Bad-Girl... Bad-Boy ist auch eher Bad-Girl. Ja. Hier ist die Ofen. Die Ofen. Hier ist die Ofen. Die Ofen. Die Ofen. Die Ofen ganz viele. Darf er das? Da war das. Ja, es darf es. Da war das. Da war das. Ähm. Ja. Wir sind unser Teardings, die ganze Kohle und Diamant machen. Was? Kohle und Diamant. Diamanten hört sich schon mal ziemlich gut an. Bin ich ein Fan von. Schwarzes Gold. Asphalt haben wir auch noch, ne? Asphalt haben wir auch noch, ne? Habe ich... Ah, Mann. Brauchst du was? Ah, ist der Manier. Aber nicht so viel. Ich brauche gerade mal... Müssen wir mal überlegen. Hatte ich dir jetzt? Zehn Stück. Ja, rechte dir. Super. Tipp oder tippe dich einfach zu mir. Ja. Bin schon auf dem Weg. Hatte ich mal Lappus... Lappusheim? Welches von den Zehn? Wie, was war das denn? Hast du schon auch Lappus gebaut? Der Meister hat Lappus gebaut. Okay. Hab dir den arbeiten lassen? Ja, aber er muss auch Sklave sein. Achso, ja, ich bin da auch wieder. Meinst, einer muss halt was können? Unter Mindestlohn wahrscheinlich auch. Wie geht? Warum sonst sogar? Ja, einer wird den. Was für den darfst du auch tragen? Dein Schlafbereich. So, dass man solche Fenster bauen kann, wenn es geht. So, erzähl mal zu mir. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich habe mich zum Brotusheim noch hier rum hingesetzt. Da ist eine Terrasche. Alter, wie... Das ist krass, man. Ich würde sowas dazu bekommen. Ist der da runtergefallen? Aua. So. Ich hab gar nichts anbekommen. Nee, gar nichts. Einmal wieder. Zehn Stück brauchst du nur? Ja. Sicher? Oder wirst du mehr mit dem Vorgang selber? Nee, nee. Zehn. Reichen. Ich kann rechnen. Aber ich... Ich sehe keine Treppe, wie ich zu dir hochkomme. Teleportieren? Ja, ich hab doch gerade auf Teleport gedrückt und dann bin ich hier. Wer ist doch hier oben? Ja, jetzt? Wer hat mich gerade gesetzt? Wer hat mich gerade gesetzt? Wer hat mich gerade noch nicht da oben? Wer hat mich gerade noch nicht da oben? Ich muss schon Atta mal fragen. Todeskammer. Wenn ganz dunkel ist, wirst du heim schon gebracht. Kann womöglich sein hier. Bring ihn fest. Das grüne Haus, das ist hier von Hanno. Also von Atta. Dankeschön. Also von dem Hannoveraner. Du, 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 du. Dann kommen wir gleich noch zu. So. Diese kleine Einrichtung. Sowas. Wenn ich jetzt hier in der Mitte ist ja das normale Glas, ne? Ja, Atta. Du, ich sehe überhaupt gar nichts. Loops. Spiel neu starten. Das mache ich gerade zwar. Was zum Teufel ist das denn? Diese schweben da Blöcke. Das sind Bäume, die wir mal abgehakt haben. Und die komplett weggemacht haben. Okay. Wo sind die Gamingrechner hier? Ich sehe keinen. Da gibt's nur Real Life. Mach die Töne aber dazu. Real Life Crafting. Ich rauch jetzt gerade, ich esse gerade. Ich hab auch gerade erst geraucht. Nur um das nochmal festzuhalten. Nur wenn der Christoph sagt, Real Life Crafting müssen wir nicht unbedingt Real Life craften. Wieso komme ich denn da? Wieso komme ich denn da? Nein. Du bist doch nicht unser, unser Rauchdiktator, Alter. Aber, aber ich dachte... Ja, du darfst es, du darfst es weiterhin sagen. Und wenn, wenn wir gerade Lust haben auf eine Zigarette, dann rauchen wir eine. Okay, Christoph? Dann musst du jetzt nicht weinen. Aber das macht den ganzen Sinn kaputt. Na, du darfst das denken, lieber den Tyrannosaurus Hext, der hat im Kopf vom Kopf. So, ja, Alter? Ja? Hehehe, ich mag es. Komm, wir jetzt zur Arena? Wenn ich da jetzt Wasser hinsetze, wo ich die Lampen gesetzt habe. Arena? Ja. Dann läuft das ja ringsherum runter, ne? Ja. Also... Und ich müsste dann... Ja, ich hab auch nicht so... Also... komplett fertig. Ähm... Wie erkläre ich dir das jetzt? Also... Hier oben bei der... Ich setz mal kurz Eisen. Ja? Eisenwoll. Das läuft da und da, da und da. Da und da und da, wo die Lampe ist. Ja, das war auch. Boah, Atta! So. Oder... Das hat Lapo gemacht, zu meinem Geburtstag. Also hat Lapo gemacht für Atta? Nee, zu Weihnachten hast du das gekriegt. Muss auch selber. Kann man das blättig in die Uhrlappen? Was? Hä? Was ist mit Blättig? Ja, Rubi schreibt gar nicht, lass Blättig in Ruhe, Lapo. Ich hab doch gar nichts gemacht! Echt? Lass den Namen Blättig in Ruhe. Entschuldige, Rubi! Da muss ich Lapo mal recht geben. Ausnahmsweise. Er ist unschuldig wie die Nacht gewesen in dem Moment. Ja, ja, klar. Die Nacht ist ja so unschuldig. Na gut, in Köln vielleicht nicht, aber so oder anders schon. Ich wohne ja nicht. Boah. Ich glaube, es ist zu früh dafür, Atta. Ja, also es ist halt wie ein Aidswitz in den 80ern, Atta. Es geht voll gar nicht. Also so, ja? Siehst du jetzt wie es leuchtet. Also läuft es dann da, so komplett und geht es runter, ja? Wir wandern hier schon drunter. Genau. Du kannst aber auch einfach, wenn du es komplett außenrum einmal im Kreis haben willst, dann baust du einfach von unten an die Decke. Dann fließt von der Decke einfach. Denkrecht runter. Ja, ja, klar, aber die klappt es jetzt auch einmal, ja, ja. Ja, aber so ist das cool. Ja. Hast du Wasser noch schaffen? Nee. Lass mal was ab. Nimm doch ein Mineralwasser. Steht dann nur Player? Ja. Wie findest du, wenn du hier drunter guckst, wie findest du den Umrandung des Brunnens? Schön? Soll ich vielleicht da oben auch noch hinsetzen, ringsherum, ne? Ja, aber weißt du, was ich machen würde? Oder das Atta-Schlädkuchenhaus? Ich würde, ich würde, ähm, in die Ecken und in die Mitten würde ich ganz normale Ironwall setzen und dann würde ich das immer umdrehen, spiegeln. Weißt du, was ich meine? Naja, aber das ist in Ordnung. Darf ich dir das kurz demonstrieren? Ja. Wie komm ich denn da jetzt hin, ohne zu sterben? Gar nicht. Ähm. Indem du? Warte. Das ist ja noch Cloud schon an. Das ist ja noch Cloud schon an. Das ist ja noch Cloud schon an. Was soll das da stehen? Mach dich dazu. Schule, was soll das da stehen? Das ist das Milkergebäude. Ähm, das ist, alt, altes Schlagerhaus. Wolltest du das machen, ne? Ne. Was? Meinst du mit Ironwall? Hast du kein, kein Brudel? Nein, kein Brudel. Ich glaub ich würd die Ecken sogar weglassen, sonst sieht's ein bisschen runder aus. Wie kann der fliegen? Der kann fliegen. Der kann auch fliegen, der fliegt bei mir. Ach, von Osir ist nicht gerade gut. Du müsstest ja drehen. Den, äh, einen. Ja, 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 hab ich vor. Warte. Ich kann doch schon ein Haus sehen da vor. So gerade bei uns. Ne, dann ist Atav. Ich mach die einfach nochmal kurz weg, ja. Hier runterkommen. Hier. So hat man deine Sklaven. Hinter dir. Jetzt runter. Rellick, jetzt darfst du's nochmal wiederholen. Jetzt will er nicht mehr. Was? Mein dummer hängt da auch drüber. Ja, jetzt will ich nicht mehr. So. Kannst du das nicht? Komm mal, gehen wir mal nach oben. Warte. Ah. Ah, nee. Hm. Ja, ich glaub nach innen. Was? Gemusterte Seite nach innen, oder? Ich wollte ja den Kreis entweder oben oder vorne haben. Ich hab gedacht, du hast das mit Absicht so gemacht. Mit den... Ach, das seh ich schon wieder nicht. Warte mal. Ich hab erstmal nur gebaut. Muss gucken, wie es allgemein aussieht. Okay. So, äh. Du musst jetzt nur noch zwei Steine drehen. Und zwar die, die, äh, mit dem, mit der Iron Wall, dass die links sind und nicht quer. Äh, die quer sind und statt links. Genau, wo du vorstehst den. Den würde ich noch so drehen muss. Der nimmt der quer, du. Genau so. Auf beiden Seiten. Dann wird's besser aussehen. Hm? Denken wir jetzt auch eigentlich mehr um die außen. Das wär so mein Vorschlag. Ja komm doch hoch, siehst du's. Oder bau dich kurz hoch. Ach so, das, ja. Ich teleportier mich einfach kurz hoch. Hm? Sonst muss ich's hier wieder abbauen. Ach so, wär's noch, wär's noch, wär's noch drei, vier Felder hochgemusst, hättest du von oben auch gesehen. Ja. Also mit T kannst du dich teleportieren. Du, drück mal T. Dann drückst du da auf Atterboom. Dann steht da teleport. Ich find's geil. Ja, da geil. Aber, das ist dein Ding. Hier sind deine Steine. Cool. Ach so, ich glaub du musst die noch in-game benennen, kann das sein? Ja. Ja, dass du nicht mehr Player heißt. Ah. Wobei du ja auch ein Player bist. Schätzungsweise. So. Brrrr. Sorry, ich ver- ja. Dann geh ich mal kurz Wasser holen? Mineralwasser bitte. So Mineralwasser. Warum nicht Mineralwasser? Warum sollt ihr euch mit Mineralwasser nehmen? Dann kannst du das als Aufzug benutzen. Weil du da einfach nach oben schwimmen kannst. Dafür gibt's das Treppenhaus. Ja. Aber Mineralwasser ist viel cooler. Es glitzert auch. Und macht Geräusche, wenn man drin steht. Vitamin. Wart mal ein bisschen. Ach dann mal, wer da ist. Oh, heiß. Liquids. Ne. Wo ist ein Wasser? Ne. Wo ist ein Wasser? Nein, Liquids. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Doch, da. Na gut. Dann mach ich's nur, weil du's bist. Weil du mir geholfen hast. Ne, ich glaub, weil da einfach kein normales Wasser gerade drin ist. Kann das sein? Ja, wenn ich hätte was geholt aus dem Pool wäre nicht so schlimm. Oder ein Bob-Worder. Oder Corrupted-Worder. Oder Lama. Lama. Lama kommt bestimmt gut. Ja, Lama ist ziemlich cool. Das Problem an der Lama ist nur, dass die... Ich weiß nicht, wie warm es hier ist. Ob das warm genug ist, dass die Lama Lama bleibt. So. Danke. Aber ich hab... Ich wollte... Ich wollte oben im Berg... Wollte ich Heizröhren bauen aus Glas mit Lama drin. Was... Ziemlich geil käme. Aber das Problem ist, da oben ist es einfach zu kalt für die Lama. Und die Lama wird dann zu harten Lama. Ja. Nelson. Danke schön, Christoph, für dein Mitgefühl. Arsch. Aber ich hätte Lava-Röhren auch cool gefunden. Danke. So, dann läuft das jetzt hier runter. Oh, ich muss runter. Apropos runter. Ich brauche immer noch Obsidian-Treppen. Die habe ich immer noch in die Kiste gepackt. Ja. Wo Treppen drinnen sind. Ja. Huiiii. Will dir Ruby... Will ihm Ruby auch nicht mitspielen? Ja, Ruby, komm hin. Mit Angst. Vor wem? Vor Bösemann. Vor ich doch nicht. Wir spielen kein TTT. Ruby, du kannst mir hier vertrauen. Wirklich. Der war gut, Lapo. Wem, wenn nicht mir? Bitte. Jedem. Einmal drücken. Was ist das für ein Knopf hier? Nicht drücken! Selbstverstörung! Ja klar, das ist der Resources-M Abstand. Da ist der Teleporter. Wenn du dich teleportierst. Kannst du auch auf eine Zwei drückstanz in irgendwo hinstellen Mein Lieber hat keinen Sinn mehr Nein spring runter Oh nein! Das hat weh! Ich bin runtergefallen Ich bin runtergefeilt Dann kann ich dir mal meinen Baumhaus zeigen Aua Soll ich dir mal meinen Baumhaus zeigen? Rrrr Wie er noch einen Neckgeschuss Rrrr hinterher schmeißt er Rrrr Schon gut So Ach wo heißt das Spielchen? Rrrr Der kommt hinterher Rrrr Awww Rrrr Also das versteh ich vollkommen Da versteh ich nie und so Ich als Mädchen würde da auch Angst haben Alter ist auch nochmal Atters Häuschen Wie viele Häuser hat der Junge denn noch? Das auch Aber sagen wir mal hat er gebaut So Hab ich gebaut Wie viele Fakten hast du? Ja das ist extra was für die Besoffenen Wenn die besoffen sind Dass die den Weg finden Ja klar Sind Besoffene irgendwann nicht besoffene? Äh nicht besoffen Uah Stirb Katze oder was du willst Leid ich für mein kleiner Gärtchen Mein kleiner Gärtchen Mein kleines Gärtchen Der kleiner Gärtchen Jaaa Gärtchen Jaaa Gärtchen Gärt heißt er also bei dir Da muss ich das extra wiederholen damit ihr das versteht Also ne Gärtchen von Gärte Also zu tief Gärtchen kleine Aussicht Plattform Da noch überall Alle Themen Ne kleine Litchpunk Gärtchen auch mal für zwei Sekunden Kleiner Sitzpunk Ja Sitzpunk hat er gesagt Jetzt kann ich beschissen setzen Ah ist das denn Haus Schöne Hauslicht hier Selbstmord Hat er bliebchen Nee du hast noch zwei Rechner Ruby du hast noch zwei Rechner Du bist einfach Wöderungsrechner Zum Rennen an und spielst Ja Wöderungsrechner Ja